Hallo, wir sind die Bench! You listening! Und wie man uns kennt, schon wieder bei der Bench! Ja, es ist einfach so, wir kommen hier an und wollen sofort unser Feschper haben. Also für diejenigen, die uns buchen werden, immer erst der Feschper geben. Feschper ist eine Mahlzeit oder etwas zum Essen. Entschuldigung, wir sind Franken, Feschper heißt nicht. Was warm ist aber auch sehr nett. Wir dürfen uns mit kaltem Sachen begnügen. Aber es schmeckt so fast. Genau, Matthias hat jetzt schon seit 10 des Dings. Gibt es noch irgendwas zu sagen, Matthias? Jetzt hat er wieder den Mund voll. Da kann er wieder nichts sagen, sonst ist er immer so lustig. Jetzt kann er wieder nichts sagen. Das ist doch so eklig. Ja? Ja? Ja, jetzt ist er! Ja! Jetzt ist er! Jetzt sind wir gespannt, was er sagt. Ja, was ist das denn? War er gut? Ja! Was macht das denn? Es gibt auch voll lecker drinnen. Ja! Ja! Vielleicht wäre er johlen die Gaspr innovative. MMMMMM! MMMMMM! Ja! Schreibe Fahrtloge! Gut, also nach dem Konzept muss man nochmal sagen, weil, jetzt kann man halt nicht berichten. Außer das wir durch Weltern gefahren sind und irgendwelche Strecken gefahren sind, die uns die Abiyauds gezeigt hat. G Savi! Aber, wie heißt es ein Stückgrün? Stundengrün? Stuttengrün? Wie ist das denn? Stüttengrün! Wir sehen uns gleich, Lisa. Warte, jetzt muss ich so die Hand davon tun, dass du sie mit ausbauen. Hallo. Mit der Man-Secretie, also beide von... Ja. Ja. Halt, ich darf nicht, du Kopf. Also. Ja, wir essen jetzt dann noch ein bisschen. Haben wir jetzt den Aufsicht gehabt? Hennert den Aufsicht gehabt in... In grün... In grünen Steggeln. Da guck. Ein Apfel, warte. Ja. Dann weiss ich jetzt, warte, was ichọl jetzt am Schauen für die Zuschauer gleiche. Ja. Die Zuschauer. Die Zuschauer. Das ist ja noch krass. Wenn ich mir jetzt das draufladen. Ne? Es ist jetzt, warte? Auf einem Platz. Mit jeder Heizchen ist vier. Dann müsste man eigentlich vierhundert Euro dafür legen. Ja. Und wenn es fünfhundert, ist fünfhundert. Und wenn es sechshundert, dann... Genau. So, was soll ich machen? Der Auftritt war super. Es war sehr hart eigentlich, auch das Publikum zu begeistern. Muss man mal sagen. Nach den ersten 30 Minuten, dann mag dann was passieren, dann hab ich die Leute irgendwie gesagt... Ja, ach, wir sind ja doch ganz cool. Ja, nein, ich bin gar nicht. Auf jeden Fall, es weiß nicht, wir sind gar nicht abgangen, das ist auch verständlich. Ich bin ja, sag ich mal, unter der Schicht, wer mit Crush Head spielt. Nein, ich bin ja, 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 die Burmden kennen uns schon. Mach mal einen rechten Spaß, ein Garry, ein Spendler, ein Witz. Gibt es noch irgendwas zu sagen von euch? Was muss jetzt in jedem Wodcast kommen? Ihr Geld gewesen. Daumen nach. Daumen nach.